Ja, also wunderschönes Bettchen. Wunderschön. Oh, super. Also ganz toll. Da wird sich die Gabi auch super freuen. Da wird sich die Gabi super freuen, sagte ich. Da wird sich die Gabi freuen. Hallo. Ja, wenn du was zum Kuscheln siehst, ist schon ganz gut, dass eins dafür auch für euch ist. Aber das ist doch jetzt. Lass mal ihn sitzen, auch wenn es krumm und schief ist. So, wir gehen jetzt mal den Bruno reinholen. Ja, und dann weiter gucken. Ich bin ja so neugierig. Und das denn für Sachen? Oh, das ist aber von der Petra. Das habe ich nicht bestellt. Und voll die coole Sache ist das. Das finde ich ja mal super klasse. So Anti-Rutsch-Dinger. Das ist super, weil ich lege mich so oft immer fast auf die Hannah-Hutze. Voll geil. Aber ich muss eben den Bruno reinlassen. Moment. Ja, wir holen den mal rein.